Moin Moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Wir machen heute Kartoffelpuffer-Reibekuchen nach einem Rezept von Oma Milupa. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die jüngere Generation, jüngere Generation, vielleicht so bis 30, gar nicht mehr weiß, dass man Reibekuchen oder Kartoffelpuffer auch selber machen kann. Das ist echt total schnell gemacht. Wir brauchen nicht viel. Es ist flott vorbereitet und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, für Oma Milupas Kartoffelpuffer brauchen wir folgende Zutaten. Zum einen brauchen wir eine gussarsene Pfanne, ein paar Schüsseln, eine Reibe, von der wir die etwas kleinere Seite benutzen werden, etwas Öl. Hier haben wir ein gutes Kilo Kartoffeln, was wir schälen und reiben werden. Wir werden die Flüssigkeit rausdrücken, sodass wir dann ungefähr bei einem Kilo Kartoffeln sind. Dann haben wir Speisestärke, davon brauchen wir so circa ein bis zwei Teelöffel. Dann haben wir Pfeffer und Salz, zwei Eier, etwas Zucker, gemahlener Manzis, ein Sparschäler. Gemahlener Manzis, für die, die es nicht wissen, ist so ähnlich wie Muskatnuss, nur dass es nicht aus der Nuss, sondern aus der Blüte der Pflanze gewonnen wird und ist auch sehr viel milder als Muskatnuss. Wir fangen jetzt an, unsere Kartoffeln zu schälen und zu reiben. So, ich hatte kurzzeitig überlegt, die Küchenmaschine nach draußen zu nehmen, habe dann aber gedacht, na, die paar Kartoffeln reibst du noch schnell mit der Hand durch. Wenn ich es drinnen gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich die Küchenmaschine genommen. Aber, naja, das geht auch flott. So, wir dürfen nicht zu viel trödeln bei der ganzen Geschichte, denn sonst werden uns die Kartoffeln dunkel, die oxidieren dann. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, dass ich erstmal nur die Hälfte der Kartoffeln oder die Hälfte des Teiges mache, denn die andere Hälfte soll heute Abend erst abgebraten werden und die mache ich dann natürlich lieber frisch dazu. Das Gleiche gilt auch für die Zwiebel, die wir mit reinreiben. Das darf alles nicht zu lange liegen, wir müssen dann flott von der Hand, muss das gleich gehen. So, von der Zwiebeln nehmen wir dann natürlich auch erstmal jetzt nur die Hälfte. Wie gesagt, wenn ihr alle Esser gleich dabei habt, dann macht das ganze Kilo Kartoffeln fertig. Nur ein paar Stunden stehen lassen will ich es jetzt so nicht. So, hier sieht man jetzt schon, dass sich hier einiges an Flüssigkeit abgesetzt hat. Das muss natürlich alles raus. Das gießen wir erstmal hier mit rein und pressen gleich auch noch unsere Kartoffeln hier ein bisschen aus. Machen wir es mal ein bisschen anders, wir lassen es hier runterlaufen. Das trocknet es auch gut. Ja, und dann sehen wir es gleich zum Würzen wieder. So, ich habe jetzt gemerkt, so geht es am besten, indem ich hier ein bisschen drauf drücke, drücke ich die Flüssigkeit raus, sie läuft hier unten raus. Wenn ihr natürlich ein Sieb habt, dann nehmt ihr das Sieb, dann seid ihr da eleganter unterwegs als wir gerade. Aber das kriegen wir so auch hin. So, und wenn die Konsistenz der Kartoffeln dann so ist, dann bin ich zufrieden und dann werden sie gewürzt. Ja, dann kommt als erstes das Ei mit rein oder ob das als erstes oder als letztes kommt, das ist dann auch egal. Dann haben wir hier frisch gemahlenen Pfeffer. Und unsere Reibekuchen sollen ja auch noch was schmecken, nachher. Dann haben wir Salz. Ich habe hier grünes Hawaii-Salz, aber glaubt mir, die Reibekuchen geht auch mit einem normalen Salz. Das ist ganz egal, welches Salz jeder nimmt. So, hier kommt der, ja, sagen wir mal so, na, ein bisschen weniger vielleicht. Einen guten halben, einen guten halben Teelöffel von dem Manzis mit rein. Und einen Teelöffel Stärke. Das wird jetzt verrührt. Und in der Zeit kann eigentlich schon unsere Pfanne ein bisschen aufheizen. Da kommt mir jetzt ordentlich Öl rein. Das darf nicht zu wenig sein. Wir bringen das auf mittlere Hitze. So, wir haben jetzt eine hohe Temperatur erreicht. Das sieht man, wenn das Fett Bläschen schlägt an dem Holzpfannenwender. Wir regnen jetzt auch mittlerische Brotter. Wir machen jetzt erstmal drei Kartoffelpuffer rein. Und drücken sie direkt platt. Und nach circa einer Minute können wir die Kartoffelpuffer dann drehen. Na, die sehen doch gut aus. Und während eure Kartoffelpuffer so aussehen, dann sind sie fertig. Wir legen sie jetzt nochmal so ein Fettabtropfen auf ein Tuch. Hört man richtig, wie knusprig die sind. Cool. Dazu kommt noch ein bisschen Apfelmus, wer mag. Und eine Prise, das ist optional, von dem Zucker mit rüber. Nicht viel, ein bisschen. Jawohl. Jetzt kann probiert werden. Schneiden wir uns mal ein paar Stücke ab hier und probieren die mal Jungs. Ja, die sind schön knusprig. Außen knusprig, innen weich. So müssen sie sein. Ja, unsere Reibekuchen sind fertig. Das ging relativ flott. Ihr habt das gesehen. Ein bisschen dumm haben wir uns angestellt mit dem Abgießen von dem Wasser, was aus den Kartoffeln gekommen ist. Da nehmen wir nächstes Mal besser ein Sieb. Kein Problem. Aber, ihr habt es gesehen, wie knusprig die sind. Und die werden wir jetzt probieren. Ein bisschen mit Apfelmus, ein bisschen Zucker drauf. Hm. Die sind richtig lecker. Auch von der Würzung mit dem Manz ist dabei. Das ist ein richtig guter Tipp gewesen. Eine richtig gute Idee von Oma. Hervorragend. Apfelmus, Apfelmus könnt ihr natürlich auch selber machen, wenn ihr da ein gutes Rezept habt. Wir haben jetzt eins gekauft. Absolut lecker. Macht das mal nach. Könnt ihr auch drin in der Küche machen. Wir kochen natürlich immer draußen. Ihr könnt das natürlich drin in der Küche machen. Am warmen Herd. Müsst nicht im Winter rausgehen. Kein Hexenwerk. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Macht's gut. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Sportlich plant. Ja. Für Uroma. Schwiebeln. Uroma Milupa. Für Uroma Milupas Pfannkuchen. Ja. Kein Hexenwerk. Uroma Milupas Reibekuchen. Oder Kartoffelpuffer. Kannst ihr ein Wort raussuchen? Ja. Für Uroma Milupas Pfannkuchen. Alter, ich hab das nicht drin. Ja. Ja.